Leute, nur noch 100 Autogrammkarten sind übrig. Also Leute, wenn ihr unbedingt noch eine wollt und ein Geschenk für Weihnachten braucht, dann wisst ihr, was zu tun ist. Bestellt euch gerne was im Shop. Das würde mich sehr unterstützen, Leute. Aber viel Spaß mit dem Video. Hey Leute, was geht? Ich bin Alpha und heute wird es richtig heftig mit der D. Was geht? Und zwar, Leute, haben wir was installiert? Leute, es wird ultra krass. Wir bauen heute die sicherste Base der Welt. Eti, nimm schon mal deine Rüstung raus. Hä, Junge, was machst du für eine Base? So, erstmal nimm mal deinen Schlüssel. Das ist ganz wichtig, sonst wirst du davon angegriffen. Ich zeig dir jetzt erstmal. Wir werden heute unsere Base beschützen mit richtig krassen Items. Guck dir erstmal das hier an. Guck das an. Wenn ich den Schlüssel jetzt in die Kiste lege, werde ich davon angegriffen. Was? Ich brauche den Schlüssel wieder. So, jetzt habe ich den Schlüssel. Dann lässt es mich in Ruhe. Damit werden wir unsere Base brauchen. Und wir haben noch viele weitere Items, Leute. Es wird richtig krass. Wir bauen jetzt die Base. Und dann gleich... Nimm den Schlüssel in die Hand. Du musst den Schlüssel in die Hand nehmen. Nein, nein, du, dann machst du mir jetzt das süßere. Nimm den Schlüssel in die Hand. Alfa, hilf mir. Und dann gleich, Leute. Wir werden richtig heftige OP-Zombies kommen in unsere Base. Und wir werden uns verteidigen mit diesen coolen Blöcken und so. Alfa, hilf mir, bitte. Nimm den Schlüssel jetzt, Alter. Nimm den Schlüssel hin. Nimm den Schlüssel, bitte schnell. Ich laufe gerade davor weg, Junge. Warte, kann ich das nicht irgendwie abbauen? Kann ich das abbauen? Ich glaube... Doch, ich kann es abbauen. Lol, nice. Okay, für unsere Hauptbase haben wir hier DIA-Blöcke. Die können wir, glaube ich, schnell verziehen. Nur 64. Können wir, glaube ich, nicht so ein großes Haus bauen. Das ist unsere Hauptbase. Hier dürfen wir niemanden reinlassen. Wir wollen, dass hier kein Zombie hinkommt. Ja, Mann. Und außerdem machen wir dann gleich eine richtig fette Wand. Hä, ich habe keine DIAs, Alter. Ja, ich weiß. Wir haben nur 64. Ich mache ja deswegen schnell. Lol, wir haben die Älter eingesperrt. Was geht? Was geht? Oh nein, ich glaube, wir haben nicht genug DIA-Blöcke. Ähm, Provision... Warte, ähm, ich mache kurz das. Soll ich da andere bauen? Nein, 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 nein. Die Hauptbase, ich mache die einfach schöner. Dann sieht die eh schöner aus, wenn die an den Seiten hier so ab ist. Ja, ja. So, das ist die UP-Base. Hier ist noch ein DIA-Block. Dann können wir noch ein bisschen Fenster machen, damit wir außen sehen können, was passiert. So, Glas haben wir auch. So, Ente, gleich komplett die Wand nicht zu groß machen, ne? Wir haben nicht so viele Blöcke. Ja, Mann, ich weiß. So, hier mache ich den Eingang hin, die Türen. Die Ente kommt wieder raus. Alter, Ente, wir bauen heute wirklich die heftigste Base. Hast du deine Karotten genommen? Warte, ich nehme meine. Nein, ich habe die schon rausgenommen. Dann machen wir noch hier ein bisschen Glas, damit wir wirklich alles sehen können, immer Übersicht haben. Und gleich, komm, bauen wir die Wand, dann wird es richtig heftig. Hä, was für eine Wand? Ja, eine Schutzmauer, dass kein Zombie durchkommt. Ach so, stimmt. Das ist auch zu tief, Ente. Wir müssen drei Blöcke hoch. Drei ist am sichersten. Was? Drei, Alter? Und hier in der Mitte lassen wir einen frei. Warte, ich kann den schon mal ein, äh, platzieren. Warte mal. Welche war das? Oh, wir haben noch viel weitere Blöcke. Ente, äh, geh mal kurz. Warte, ich muss hier kurz was machen. Ente, komm mal in meine Nähe. Komm mal zu mir. Ja, will ich was zeigen. Komm mal hier hin, ja, genau. Hey, was denn? Geh einfach mal nach vorne. Geh einfach geradeaus. Hey, warum soll ich da vorne gehen? Mach einfach, Ente. Weil du bist ein cooler YouTuber, deswegen. Hä? Ja, und jetzt? Moment. Ah, du hast den Schlüssel dabei, oder? Nee, natürlich, ja. Aber dann klappt das nicht, aber wenn man nicht den Schlüssel dabei hat. Warte, ich schmeiß den kurz weg. Oh! Oh, schau einfach. Man fliegt da rein und der Block verschwindet. Richtig krass. Hab den mal abgebaut. Aber Leute, ich erkläre das gleich nochmal besser. Also, warte mal. So, lass uns hier erstmal eine Wand bauen. Und eine sichere Schutzwand hier, Schutzmauer. Drei Blöcke hoch. Die kann auch noch höher sein. Können wir machen, wie wir wollen. Ja. Aber erstmal will ich die kleine Base. Weil wir müssen unsere Dier-Sturm hier im Dierhaus beschützen. Ganz wichtig. So, es sieht jetzt nicht schön aus, aber ist schon mal fresh, oder? Ja, ist voll okay. Ist auf jeden Fall okay. So, jetzt mach ich hier noch, damit es ein bisschen cooler aussieht. Mach ich hier alles zu. Ente, gleich wenn es dunkel wird, kommen die ganzen Zombies, Ente. Denkst du, wenn wir es kriegen? Oh, ich hab's dann auch zu denen. Es wird heute eine ganze Armee kommen. Wirklich, kein Witz. Die ganze Armee. Okay. Und deswegen schnell entweilig. Ja, ich beeil mich schon. So, hier, damit wir hochgehen können. Noch Blöcke machen. So, perfekt. Und gleich kommen dann die neuen Blöcke zum Einsatz. Das ist keine Mod, Leute. Sondern ein Data-Pack, was von MacMucky-Stein gemacht wurde. Ich weiß, der hat auch Stein im Namen, ja. Der hat Stein im Namen, Irrenmann. Aber es ist keine Mod. Einfach ein Data-Pack. Einfach in den Microsoft reinziehen und es funktioniert. So, okay. Was wollen wir aufbauen, Ente? Ich würde sagen, hier außen rum machen wir die Flammenwerfer, okay? Ja, Mann, hau die an jede Ecke an. Ich habe den Schlüssel nicht. Gib mir den Schlüssel, bitte. Was, du hast den Schlüssel nicht? Du hast zwei Schlüssel? Gib. Was, was habe ich mit den Schlüssel? Ein Like, Ente. Ja, Mann, was geht's? Ente, jetzt like ich alle deine Videos. So. Ja. Ich würde sagen, hier außen rum machen wir die Flammenwerfer. So, ich glaube, ich muss mich so hinstellen. Ja. Da schießt eh die in die Richtung, glaube ich. Ihr habt ja gerade gesehen, was der so macht. Der ist auf jeden Fall heftig. Der ist wild, Alter. So, hier kommt noch der nächste hin. Flammenwerfer. Oh, der schießt gerade die Enden ab. Nein. Oh, nein. Ja, Ente. Ich habe die Enden zu sauer, bitte. Wird Ente zu sauer gemacht, weil er keinen Schlüssel... Junge, nach oben. Die hatte keinen Schlüssel dabei, deswegen. Was sollte das? Das ist erst nicht meine Schuld, Ente. Du bist doch ein Tor reinbaut, oder? Ja, gleich, Ente. Wir machen die noch sicherer. Warte doch, einfach erst mal ab. Das hier ist gerade erst mal der Anfang. So, erst mal Flammenwerfer. Ganz easy, damit hier keiner durchkommt. Ente, jetzt musst du mir kurz folgen, denn wir müssen hier einen Graben machen. Warte. Ich zeige dir, was wir abbauen. Wir müssen die Blöcke hier drunter alle abbauen. Die oben lassen wir. Aber hier drunter müssen wir kurz alle wegmachen. Die hier machen wir weg, damit die hier gleich runterfallen können. Weil wir haben so Fallblöcke. So, Leute, wenn das dann so aussieht. Guck mal, wir haben da unten sogar noch Lava hingemacht. Jo, pass auf, dass man da nicht reinfällt. Ja, ja, wir haben das jetzt schnell gebaut. So, Ente, nein, nein, wir müssen das jetzt zumachen. So, hör auf. Hey, ich muss doch erst mal freibauen, oder? Nein, denn derjenige, der jetzt nicht den Schlüssel dabei hat, wird hier gleich runterfallen. Warte, ich muss gucken, auf welchem Block ist das nochmal? Okay, hier fängt das schon an. Dann machen wir den zu. Okay, Ente. Ich würde jetzt ganz doll aufpassen. Hä, wieso? Habe ich den Schlüssel dabei? Ich habe ihn dabei. Warte mal, gleich, wir können es auch mit Mobs testen. Ente, besorg mal irgendwie eine Ente. Ah, du hast ja schon eine, ganz gut. Leute, für euch sieht das so gerade aus, als würde ich gar nichts machen. Aber hier ändert sich gerade was. Und ihr werdet staunen, wenn ihr seht, was hier passiert. Nein, holt sie die Ente hin. Nein. Ey, wir verfallen, wir haben eine Riffel. Nein, die ist schon weg. So, jetzt haben wir eine Hühnerarmee. So, jetzt go. Ich muss... Nein, Bros, kommt da mit, lauf. Lauft mal in die Richtung, bitte. So, folgt Ente, ganz wichtig. Siehst du, was passiert? Siehst du, was passiert? Jo, wie krass sieht das aus, ey. Zombies werden da nicht durch... Ey, Zombies. Meine Bros. Ja, das ist sauer. Nein, Mann. Lecker. So, ich brauche noch mehr. Tut die mal zu unserer Base. Ganz wichtig, guck mal ins Volli da durch. Das ist so krass gemacht. Wo seid ihr hin? Ja, schneller ist auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt, Leute. Okay, damit die Base noch sicherer wird, platziere ich jetzt... Ihr seht es schon, diesen Dispenser mit roten Augen. Die sind richtig OP. Ente, kannst du mir gleich einen kurzen Moppy hinstellen? Ich habe wirklich nichts Böses vor. Ich mache die Blöcke lieber weg. Warte, du bist nicht safe wie der Grill oder so. Nein, nein, nein. Die Blöcke stehen im Weg. Die muss ich kurz hier alle wegmachen. Die sind wirklich ultra OP, ey. Mr. Mackystein, der hat wirklich die beste Arbeit gemacht, Leute. Er ist auf jeden Fall verlinkt. So, ich habe jetzt hier erstmal alle platziert. Guckt euch die an, wie böse die aussehen. Warte, keiner zeigt mir sein Auge, ey. Oh, guck mal da. Was geht? Warte mal. Guck die, oha. Die werden fertig gemacht. Guck mal, wie schnell die... Oha, Puckerfisch, Alter. Die Skelette werden hier niemals durchkommen. Und Zombies und so. Die haben... Äh, ich habe Gift bekommen. Wie? Oh, die sind viel zu krank, Alter. Was geht da ab? Aber das ist nicht das Einzige, was wir haben. Dann auf die Seite würde ich sagen, machen wir Spike Traps. Oder war das die Seite mit dem... Oh. Äh, was geht? Okay, das war die falsche Seite. Hier machen wir die Spike Traps hin. Die sind auch ultra OP. Die können Mobs, glaube ich, auch one-hitten. So, ich platziere einfach ein paar Stück hier. Du hast die doch auch, oder? Spike Traps heißen die, diese dunklen Eier. Ja, Mann. Platziere einfach ein paar Stück. Weil hier werden die Zombies auch nicht durchkommen. Wirklich ultra OP, diese Teile. Äh, die laufen wir ohne Schlüssel da drüber. Bitte. Nein, Mann, ich bauch dich. Okay, dann mach ich. Für die Zuschauer. Warte. Meinen Schlüssel werfe ich mal hier hin. Was ich bauch? Let's go. Oh, oh, oh. Ich bin komplett angegriffen. Oh, okay. Ich hab die Schlüssel wieder. Weil die Feuerteile noch angreifen, Mann. Die sind voll OP. Ich brauche Wasser. Ich brauche Wasser. Ey, die Spike Traps machen gar nichts, oder? Doch, die gehen hoch. Doch, doch, doch. Die gehen hoch, Junge. Da kommen die Stacheln raus. Die machen ultra viel Schade eigentlich. Ach so, lol. Wenn da ein Zombie drauf tretet, war es mit seiner Karriere. So, hier würde ich sagen... Äh, wir cheaten dich, Ente. So, hier würde ich auch noch sagen, machen wir noch ein paar Stück von denen hin. Und dann sollte unsere Base ganz OP sein. Oh, mein Gott. Ich versuche mal gleich bei dir einzubrechen, okay? Ich würde sagen, wir machen ein Versuch, die versuche ich einzubrechen. Ich würde es 100% nicht schaffen. Doch, hier noch ein paar Spike Traps, damit man hier wirklich nicht durchkommt. Aber es wird, glaube ich, so oder so unmöglich. Ey, Mann, ist es ausgegangen. Platziere bitte welche. Was? Ich hab keine Spike Traps mehr. Okay, hab welche. So, platziere jetzt noch. Weiß nicht, wo... Ich hab keinen Schlüssel. Einfach bitte. Okay, Ente, geh in das Diamanthaus rein. Ich versuche, jetzt einzubrechen. Ja, aber ich geh rein, warte. So, aber ich geb mir bessere Rüstung, weil ich glaube, es wird richtig hart. Okay, Ente, ich bin bereit. So, ich esse Goldöffel. Ich versuche, jetzt einzubrechen. Schlüssel wegschmeißen. Ich komme, Ente. Das schaffst du nicht, Alter. Was geht? Oha. Wie Spaß, Alter. Oha, ich bin richtig krass angeriffen. Oha, Alter, das schaffst du nicht. Sag doch, wie das ist. Ich komm da nicht rein. Ich versuche, hier einzubrechen. Jetzt schnell. Wo ist meine Spitzhacke? Hier ist meine Spitzhacke. Ich bin drin. Was? Oh, ich habe nicht mehr viel Leben. Ich habe nicht mehr viel Leben. Oh mein Gott. Drei Herzen habe ich noch. Ich überlebe nicht lange. Oh mein Gott. Mein Schild, mein Schild. Ich muss mein Schild aktivieren. Ich boxe auch auf dich drauf, Alter. Ja, ich überlebe voll gut. Aber man braucht dafür schon eine richtig krasse Rüstung. Man braucht dafür richtig krass. Ich geh drauf. Nein. Ich bin vor dir drauf gegangen. Nein. Okay, Ente, es geht los. Es ist Nacht. Oha, es geht los, Alter. Oha, die fallen hier schon mal alle runter. Das hören wir da gerade ein bisschen. Ente, ich glaube, wir haben ein bisschen zu viele gemacht. Jürgen, das ist nicht. Aber voll, viele fallen runter. Okay, guck. Die ganze Armee fällt jetzt hier runter. Nein, ich bin auch runtergefahren, Alter. Alter. Alter, jetzt war es mit dir, glaube ich. Oha, guck mal. Die ganze Zombie-Armee. Du hast das offen gelassen, Alter. Als ob ich was offen gelassen habe. Oh, oh. Machst du dann zu, Ente. Ja, du hast das hier offen gelassen, Jürgen. So, das Loch ist zu. Keiner kommt jetzt hier in die Base rein. So. Ente, spott jetzt die ganze Wolle. Jetzt hören wir uns gerade komplett. So, Ente, wo ist deine Armee? Oha, Spike hat den vorgesiebt. Oha, was? Die machen die echt fertig. Keine Chance. Okay, hier. Jo, warum kommen die da nicht durch? Hier sind auch die Spikes. Keine Chance. Die kommen nicht in meine... Oh, die Skelette haben, glaube ich, eine gute Chance. Ey, die schießen mich alle ab. Aber die fallen... Nee, die kriegen alle Feuer. Oh mein Gott, ich verliere richtig viel Leben. Ich verliere richtig viel Leben. Aber die greifen sich sogar gegenseitig an. Dann gucken wir doch mal die Seite. Hier müssen die eigentlich alle in Lava fallen. Alter, das ist eine richtig gute Base. Oha, die fliegen da alle in Lava. Die kommen echt nicht durch, Mann. Die kommen nicht in meine Base rein. Joa, die will das gelät zu sehen gegen deine Flammenwerfer im Wun, Junge. Als ob. Kriegen die keinen Feuerschannen? Oh oh, das ist gar nicht gut. Oh oh, die leben die ganze Zeit. Die mache ich jetzt fertig. Komm, Spikes, mach die fertig. Meine Missfeile schießen auf die. Aber ich glaube, du kommst hier nicht durch, Ente. Das ist einfach viel zu gut gemacht. Guck mal. Alle fliegen hier runter. Guck mal, alle fliegen da in Lava. Lol, die überleben ja echt. Die schwimmen da unten einfach nur. Ja, sag ich's ja. Ich muss die da runterschubsen. Geh da runter, Mann. Haut ab. So, geht alle in die Lava. Perfekt. Du auch, du kleiner Zombie. Äh, die keine Chance. Doch, Junge. Nur die Winterskelette sind gut. Aber der Rest, hier, guck mal. Die geht hier auf die Traps. Die überleben so lange noch. Boah, es kommen jetzt mehr durch. Aber die Spiketraps, die werden alle eingesetzt. Gut, 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 gut. Ey, einer ist schon drin, meiner Base. Wie? Ja, Mann, kommt rein. Die haben die Blöcke aufbekommen. Wie? Äh, ich weiß nicht. Von dir haust. Nein. Ich werde hier komplett fertig gemacht. Mayday, Mayday. Und der hat gewonnen, Leute. Warte mal. Nein. Siehst du was einfach? Ich wurde besiegt. Ich wurde besiegt, Ente. Du hast gewonnen. Aber meine Base war auf jeden Fall krass. Guck mal, wie die sich wehrt, die Base. Die schießt die ganze Zeit Pfeile gegen alle Gegner. Leute, lasst einen Like, da lasst einen Amo. Oder wenn ich das Video gefallen habe, schau mal vorbei. Oder wenn ich sage, okay. Ciao.